Ich bin heute hier, weil wir MINT an unserer Schule stärken wollen, noch mehr stärken wollen. Hier kriegt man halt sehr viel Input. Ich denke ein Effekt oder eine Möglichkeit bei einer Veranstaltung wie dieser hier ist, dass Lehrende in der Schule wieder die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, wie sie Kinder beim Entdecken von Mathematik oder beim Entdecken von physikalischen und chemischen Zusammenhängen unterstützen können, dass sie selbst erstmal wieder die Freude daran entdecken können, wie spannend es ist, mathematische, chemische, physikalische Zusammenhänge zu entdecken und dann auch mit neuen Ideen morgen oder übermorgen gleich in ihre Schulklassen gehen können und es umsetzen können. Nach dem Mittagessen kommt jetzt gleich der zweite Workshop. Darauf freue ich mich ganz besonders. Da geht es um chemische Reaktionen im Bubble Tea. Das hört sich sehr interessant an. Auf der Materialausstellung haben wir schon Dinge entdeckt, die uns sehr gut gefallen haben, wo wir auch direkt gesagt haben, da wollen wir mal gucken, ob wir das in der Schule auch organisieren können und uns auch anschaffen können. Also in meinem Vortrag habe ich Experimente vorgestellt, die in erster Linie durch ihre Phänomene faszinieren sollen. Und zwar natürlich in erster Linie jetzt die Lehrkräfte und später dann die Schüler. Und diese Phänomene umfassen in erster Linie Fluoreszenzeffekte. Ich habe den Workshop mit dem Namen Warum platzen Seifenblasen angeboten. Einfach ein Alltagsphänomen, Seifenblasen nämlich ein bisschen naturwissenschaftlich zu beleuchten. Warum platzen Seifenblasen? Wie stellt man Seifenblasenlösung her? Und das haben wir mit den Teilnehmern gemacht und draußen auch schöne wunderbare Seifenblasen gesehen. Teilnehmende profitieren von dieser Veranstaltung, weil sie ganz geballt hier aktuelles Wissen vermittelt bekommen. Es gibt Unterrichtsmaterialien mitzunehmen. Sie kriegen neue Ideen für Experimente. Sie können das hier auch alles ausprobieren. Es sind dann auch Didaktiker da von den pädagogischen Hochschulen, die auch zeigen, wie man sowas dann gleich am nächsten Tag in Unterricht umsetzen kann. Weil eben die Kinder und Jugendlichen, die heute in der Schule oder in der Vorschule sind, die Wissenschaftler und die Problemlöser von morgen werden können. Forschung ist spannend und Wissenschaft auch. Und man muss eigentlich nur Begeisterung wecken und man muss in ihnen den Wunsch wecken, dass sie einfach sagen, da bleibe ich dran. Also der Gedanke, der bei mir heute hängen geblieben ist, ist der Einsatz von 3D-Stiften im Unterricht, das war Bauen und Konstruieren so als kleiner Workshop. Es hat Spaß gemacht zum einen und zum anderen kann man da, denke ich, auch den Kindern neue Erfahrungen vermitteln. Ja, ich denke, die Lehrkräfte können einfach profitieren, weil sie hier die Möglichkeit haben vom Austausch. Wir sind ja im Prinzip dann alle im gleichen Boot und können dann schauen, okay, wie macht ihr das, wie macht ihr das? Und sich dann einfach dann Vorschläge abholen oder auch gucken, okay, was könnten wir noch optimieren oder dann verändern. Und das ist natürlich immer wahnsinnig viel wert. Wenn ein Schüler weiß, warum er etwas zu lernen hat, dass es ihm auch wirklich was bringt für sein Leben, für seinen Alltag, ist es auch für den Lehrer einfacher, so etwas zu errichten. Deswegen sind die MINT-Fächer wirklich geniale, tolle Fächer, die auch Spaß machen zu errichten. Ich bin noch nicht glücklich. Das ist natürlich so schön.